Der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl. Und heute geht es wieder um das Setz-Live-Jahrescoaching unter Männern im Haus am See. Ab 2019 sechs Männer in einer verschworenen, freundschaftlichen Gruppe, die ein Jahr sehr eng miteinander verwoben sind, um ihren Weg zu finden, ihre Ziele zu erreichen. Die sich alle zwei Monate zu einem Wochenendmodul treffen, insgesamt sechs Wochenendmodule und zwischenzeitlich sich untereinander fordern und pushen, ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Mit mir im Personal Coaching sind, also in einer, ich sag mal, engen Struktur sind, wo das Umsetzen und das Klarmachen deiner Ziele einfach selbstverständlich sein wird. Also du wirst nicht anders können, als umzusetzen. Dieser Gefahr wirst du nicht ausgesetzt sein. Und natürlich wird das für dich eine Herausforderung sein, aber, ich sag mal, in deine Männlichkeit, in deine männliche Kraft zu kommen, heißt ja auch, wieder zurückzufinden in das Leben als Abenteurer. Und das Leben als Abenteurer zu gestalten. Und das passt auch wunderbar zum Modul 5, was ich dir heute etwas näher bringen möchte, was ich für dich wie folgt benannt habe. Lass alles raus, was in dir steckt. Lebe, spüre und fühle dich voll und ganz als Mann. Deine Energie und die richtigen Gefühle sind auch deine Erfolgsmotoren. Und du wirst dich noch besser kennenlernen, als wie bisher und spüren, was alles in dir steckt und gelebt werden will. Und du wirst in Kontakt kommen mit all deinen Ressourcen, selbst den bisher Unterdrückten. Du wirst mehr ins Fühlen kommen, in dein Herz. Denn dort liegt auch deine Quelle, deiner unbändigen Energie, die du sinnvoll für deine Ziele einsetzen wirst. Und gestatte dir einfach die Bandbreite all deiner Gefühle und Emotionen. Denn auch dein Erfolg wird gefühlt und nicht errechnet oder erdacht oder im Kopf geplant. Raus aus der Birne, rein ins Herz, rein in deinen Körper, rein in deine Gefühle. Und komm in Kontakt mit deiner spielerischen Leichtigkeit eines Kindes und probier dich aus. Das ist keine Frage des Alters, den kleinen Abenteurer wieder rauszuholen, der die Welt erobern will. Und du wirst Klarheit bekommen und erhalten, was es heißt, dein Spiel des Lebens erfolgreich und mit Leichtigkeit zu spielen. Du wirst dich selber inspirieren und spüren, was steckt alles in dir und was davon darfst du noch alles rauslassen. Warum ist eine gesunde Aggression auch für dich wichtig und wie lebst du diese bisher? Und du wirst dich auch an der Stelle anders kennenlernen. Wie fühlt sich dein Erfolg an? Wie kannst du mit gleichgesinnten Männern dein Energielevel deutlich und nachhaltig pushen? Und das zur Gewohnheit werden lassen? Und wieso ein wahrer Mann und Krieger auch mal weinen darf und das absolut richtig ist. Und wenn du es nicht schon tust oder zulässt oder die Bereitschaft dazu hast, wirst du diese kennenlernen. Und in diesem Modul 5 geht es ganz, ganz stark um die männliche Energie, um deine männliche Energie, um alle Ressourcen aus dir rauszuholen, diese zu fühlen, diese zu mögen, diese zu feiern, diese zuzulassen. Deine gefühlvolle Seite, deine sensible Seite, als auch deine kraftvolle Seite, deine Aggression, deine gesunde Aggression. Du wirst Lust haben, dich zu öffnen, denn alle anderen tun es auch in dieser geschlossenen Gemeinschaft. Du hörst anderen zu und dir wird zugehört, über Dinge, die du vielleicht bisher so nicht erzählen konntest, die in deine Inneren so abgehen und du wirst feststellen, dass es vielen Männern und diesen sechs Männern und mir genauso geht wie dir. Du wirst Abenteuer erleben. Ihr werdet euch gegenseitig anspornen. Und du wirst Männer treffen, die mit dir in die Tiefe gehen, in deine Tiefen und in deren Tiefe. Eine Verbundenheit, die du vielleicht bis heute nie für dich hast, finden oder spüren dürfen. Du wirst körperlich sein. Und mit gesunder Aggression deine Ziele durchsetzen. Im respektvollen Umgang mit den Menschen. Ihr werdet euch Anerkennung geben und du wirst Anerkennung bekommen für das, was du tust, bis dahin schon erreicht hast auf deinem Weg und weiter erreichen wirst. Dein Gefühl von Männlichkeit über Männerfreundschaften, eine ganz besondere Energie. Du wirst dich wirklich rückbesinnen und fühlen zu deiner männlichen Identität. Weißt, was es wirklich heißt, Mann zu sein und nicht, was es heißt, was aus uns bis heute gemacht wird. Und in welche emotionalen Wischi-Waschi-Strategien wir hier verwickelt werden und wurden. Ja. Und du wirst eine Art Transformation wieder zum Mann durchlaufen. Dich als Mann durchlaufen. Das sind Transformationsprozesse, Umwandlungsprozesse. Weil wie und wo hast du dich, dein Innenleben, mit dem du dich beschäftigst, mit dem du dich gerne mal zurückziehst und darüber nachdenkst. Mit wem hast du das teilen können, hast du das rauslassen können? Inwieweit bist du beeinflusst, emotional beeinflusst, blockiert? Wie viele Ängste hast du und was geht wirklich in dir vor? Dazu die Erwartungshaltung von draußen, wie du als Mann zu sein hast. Obwohl in deinem Inneren vielleicht was anderes tut, was du bisher nicht hast rauslassen dürfen. All das freie Fahrt, volle Kanne. Und wenn aus diesem bisherigen oder blockierenden Verhalten sich negative Zustände für dich und Verhalten ergeben haben, so möchte ich dir einfach hier mal 10 oder 11 Anhaltspunkte geben, wie du das wandeln und transformieren kannst. Die Härte, die du vielleicht im Außen hast, die gefühlte Härte, die emotionale Härte nicht zuzulassen oder übertrieben Sport zu machen, wie auch immer, das wird zu deiner Kraftquelle. Die Härte, dich zu schützen, wird zur Kraft- und Energiequelle für deine Ziele. Deine Aggression, vielleicht übertriebene oder blinde Aggression, die du hast, das ist eine Ressource, die hast du. Diese wandelst du in Durchsetzungsvermögen deiner Ziele, deinen Willen durchzusetzen, deinen gesunden Willen, deine Ziele, deinen Weg zu gehen. Wenn du dich zurückgezogen hast bisher, nachgedacht hast, mit dir alleine sein wolltest, dich nicht verstanden gefühlt hast, dann wird jetzt dein Rückzug zu einer kreativen Ruhepause für dich und Kraftquelle. Das ist dein eigener Strategie-Workshop für dich alleine und du wirst ihn genießen, weil du dich jetzt verstehst und besser verstehst und verstanden wirst. Dein Eigensinn oder vielleicht sogar ein nach außen trotziger Eigensinn, diese Stärke und Energie wirst du umwandeln in deinen gesunden Willen, in Selbstvertrauen, in Fokus halten. Dein eventuelles Macho-Gehabe nach außen wird zu Mut werden, weil ein übertriebenes Macho-Gehabe zeigt nur einen ängstlichen, verweichlichten inneren Kern, der durch ein Härte- und Macho-Gehabe vertuscht wird. Aber diese Energie, die du dafür aufwendest, wandelst du in Mut für Klarheit, Fokus und deinen Weg. Die Kontrolle, die du an den Tag legst wahrscheinlich, das tun wir irgendwo alle, um damit Ängste und Konsequenzen zu vermeiden. Diese Energie der Kontrolle nutzt du zu deiner Führung. Das ist dieser kleine Wandlungsprozess. Mit den guten Eigenschaften. Mit einer guten Eigendisziplin. Diese Kontrolle nutzt du für dich, um nicht dich gegen Fremdbestimmung zu wehren. Deine Brutalität wirst du einsetzen zu einer kriegerischen Wildheit. nicht zu Abwehr von Angst und von Scheißgefühlen, sondern da wirst du angriffslustig für deine gesunden und respektvollen Ziele. Eventuelle Arroganz wird energetisch von dir umgewandelt zu Weisheit. Es geht nicht darum, in der Arroganz Recht haben zu wollen oder niemanden an dich heranzulassen aus Angst, sondern dieses Wissen, diese Erfahrung wirst du sinnvoll einsetzen und eine gesunde Perspektive von außen einnehmen für die Führung deines Lebens. Aktionismus wandelst du in mehr Disziplin. Blinder Aktionismus, diese Kraft- und Energiequelle, die du in alle Himmelsrichtungen verstreust, wirst du einfach nur fokussierter einsetzen. Die Energie steht dir zur Verfügung, diese Zeit steht dir zur Verfügung, die hast du jetzt auch, aber die nutzt du einfach jetzt gezielt und fokussiert für deinen Lebensweg, für deine Ziele, die du ja schon längst kennst, erarbeitet hast und sinnvoll gecheckt hast, dass es deine sind, die du erreichen willst. Selbstsucht, übertrieben Selbstsucht, wandelst du mit Hilfe von mir, mit Hilfe von uns Männern zu mehr Herzlichkeit, dein Herz zu öffnen, dein Herz für andere zu öffnen, für die Menschen. Du brauchst keinen Schutz mehr. Weißt du, und am Ende bei allen Zielen und worüber wir uns unterhalten in diesem Jahrescoaching und arbeiten werden, geht es doch letzten Endes darum, mehr vom Jungen zum Mann zu werden, in Kontakt kommen mit deinem männlichen Kern, diesen wieder zu spüren, dein Leben als Abenteurer zu führen, ich sag mal, als gesunder Krieger, respektvoller Krieger, mehr wieder dein Gefühl von 100% Mann sein. Weißt du, wir sind zwar häufig, wir sind groß geworden als Männer, aber oftmals nicht erwachsen geworden dabei. Oder einige Teile fühlen sich nicht erwachsen an. Da fühlen wir uns in unserem Inneren, und das geht mir auch so, wie ein kleiner Junge. Was ist da wie, wo, an welcher Stelle stecken geblieben? Wo wir eigentlich raus wollen. und diese Gefühle des kleinen Jungen wollen wir nicht nach außen zeigen, weil wir sind ja heute erwachsene Männer. Aber fühlen tun wir das teilweise schon. Und dann kommt noch die Erwartungshaltung von außen dazu, wie wir als Mann zu sein haben, was damit ja völlig kollidiert. Und dann wundern wir uns, dass da draußen so harte Macho-Typen mit so einer großen Fresse rumlaufen. Und das sind eigentlich nur, und liebe Frauen, wenn ihr da gerade mithört, die größten Weichflöten in ihrem Innenleben. Die schützen sich nur, auch wenn sie dich im Bett mal richtig rannehmen oder so. Die schützen sich nur in einer ganz, ganz harten Schale. Aber innen ist es eine hohle, faule Frucht mit ganz, ganz viel Leere. Und das gehört gewandelt in das, was ich eben beschrieben habe. Also bewohne alle Anteile in dir, voll und ganz, mit deinem männlichen Erwachsenengefühl. Dass du als Mann mit mehr Selbstvertrauen souverän dein Leben meisterst, deine Lebensbereiche gestaltest, so wie es für dich richtig ist. Und wenn du genau diese Ziele erreichen willst, was ich da eben beschrieben habe, in dieser verschworenen Truppe und Gruppe, diese Energie mitnehmen willst, diesen Schwung mitnehmen willst in dein Leben, genau diese Dinge dahin zu bringen, in mehr 100% Manngefühl bei dir, in mehr Souveränität dein Leben zu meistern. Dann sollten wir beiden miteinander sprechen und ich warte auf deinen Anruf oder deine E-Mail, die Kontaktdaten findest du unten und freue mich von dir zu hören. Dein Markus Lehmkul bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020